Ich verbrenne nur meine Hälfte. Alles was euch interessiert ist, gell? Es geht nicht um Geln, sondern darum eine Botschaft zu senden. Alles brennt! Da meine Videos jedes Mal gegen die Urheberrechtsrichtlinien verstoßen, kann ich leider kein Geld damit verdienen. Obwohl meine Videos sehr zeitaufwendig sind, mag ich es euch zu unterhalten. Das lohnt sich aber auf längere Zeit nur, wenn ich auch damit was verdienen kann. Deswegen habe ich einen Patreon-Link eingerichtet. Ihr könnt mich damit unterstützen und gleichzeitig richtig krasse, exklusive Vorteile bekommen. Zum Beispiel könnt ihr lernen, genau solche Videos zu machen und damit erfolgreich zu werden und weiteres. Link in der Bio.